Hallo ihr Lieben, Christian Mischemeier, Pater Report Beziehungscoach und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute haben wir mal wieder die wöchentliche, wie soll ich mal sagen, Dreiecks-Mail, das hört ja einfach nicht auf. Und ja, solange ich die bekomme, diese Geschichten, ja, was soll ich machen, werde ich natürlich weiter diese Videos machen. Und gut, schauen wir mal rein. Neuer Podcast, übrigens draußen ein paar Podcasts, Dopamin, Folge 7, Patchwork, ja, findet ihr auf Spotify und überall und so weiter. Gut, lieber Christian, ich muss dir jetzt doch mal mein wertvolles, äh ne, das ist die falsche, Moment, so, sorry, ja. So, äh, hallo Christian, ich habe jetzt seit mehr als zwei Jahren eine Affäre mit meinem Arbeitskollegen, der einige Jahre älter ist als ich. Ähm, er hat vermehrt den Kontakt zu mir gesucht und sehr mit mir geflirtet. Wir haben uns gleich gut verstanden und ich habe mich bei ihm so wohl gefühlt wie noch nie bei einem Mann zuvor. Mhm. Äh, wir kamen uns näher und schliefen miteinander, jedoch hat er mir die ganze Zeit verschwiegen, dass er in einer Beziehung ist, nein, sowas aber auch, das habe ich ja noch nie gehört, also wirklich, das kam nur zufällig raus. Er meinte jedoch, dass sie gerade eine Krise haben, also warum sind, also diese Dreiecks-Mails sind einfach alle fucking gleich, ne. Ich weiß gar nicht, das ist echt unglaublich, ey, wirklich, ey, die Leute sich nicht schämen, sowas zu behaupten. Wir haben eine Krise, ich wette, die haben überhaupt keine Krise, die haben gar keine Krise, ich konnte wetten, die Frau denkt, sie haben eine super Beziehung und sie da gar nichts von merkt. Naja, äh, und gar nicht wissen, ob sie sich nicht besser trennen sollen, was natürlich future fucking ist, wie wir alle wissen. Also, sprich, übersetzt, nie passiert. Unsere Affäre-Lehre lief weiter, ähm, wir haben beide den gleichen Beruf, wie seine Frauen haben, äh, in Ferien nie Kontakt. Nach den Sommerferien, nachdem die Affäre bereits eine ganze Zeit lief, änderte er plötzlich sein WhatsApp-Bild mit einem Bild von seiner Hochzeit. Ist das denn wahr? Was ist das denn für ein ehrenhafter Mann, den du da datest? Ähm, großartig. Ja, das, äh, was kann ich jetzt mal dazu sagen, soll es einfach, äh, diese Ehrenhaftigkeit und Nettigkeit dieses Menschen, ähm, ja. Ja, aber ich frage mich immer, jetzt du, die da schreibt, denkst du dann nicht, dass das einfach fucking illoyaler Mensch ist, einfach auch ein Lügner? Der dich sicherlich auch dann irgendwie, vielleicht hat er noch viel mehr Sachen laufen, ich meine, der bittet dich auch an Lügen, also, macht euch das gar nichts aus, freue ich mich immer. Also, es tut mir jetzt auch leid, wenn ich da jetzt, ich meine, ich verstehe das, ich weiß, dass das die total addiktiv sind, diese Dreiecksgeschichten, und trotzdem, wenn die mir so eine Mail schickt, da müsst ihr dann ja auch mit rechnen, dass ich das auch ein bisschen kritisch hinterfrage, so das Ganze, ne? Ähm, das zog mir den Boden unter den Füßen weg, da er nie erwähnt hat, dass er bereits verlobt ist. Ich sage nicht, dass es ein Lügner ist, kann mir gar nicht vorstellen. Ich war ziemlich wütend und er, es hat gedauert, ja, also ich kann nur wieder sagen, wo sind deine fucking Standards? Ja, du bist jetzt wütend, aber du schläfst weiter mit ihm, ich meine, so ist es doch, ne? Ja. Und dann wissen die Leute auch, sie kommen damit durch und können es immer weitermachen, ne? Um drüber zu reden, er meinte, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, er hat dich von vorn bis hinten belogen, worüber soll man da noch reden? Also, das ist wirklich eine Frage von Standards und Dealwrecker, und wenn ihr keine Dealwrecker habt, und wenn das kein Dealwrecker ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dann meint, ihr müsst die Menschen weiterdaten, die einfach krasse Dealwrecker machen, dann kriegt man genau diese Toxic so, ne? Ähm, er meint, er wollte seine Freiheit ausnutzen, bevor er verheiratet ist, und seine Hochzeit begründet er damit, dass er sich irgendwann mal entscheiden musste, immerhin sind sie ja schon länger zusammen. Ähm, ja, ich meine, das kann man noch nicht mal Gaslighting nennen, weil es einfach so dünn ist und so zusammengeschust hat. Äh, ja, dann müsste er es ja jetzt beenden, wenn er nur, also, weil er beendet es ja nicht, er führt es weiter mit dir, weil er einfach, es ist einfach ein Lügner, der, ja, fernlaufen hat. Und, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Er wird hier immer irgendeine Geschichte auftischen, wo man das macht, ne? Ähm, dadurch, dass wir uns jeden Tag auf der Arbeit sehen, ähm, konnten wir es natürlich nicht so einfach aus dem Weg gehen und die Affäre fängt wieder an. Ja, nee, du lässt es zu, dass die Affäre weitergeht. Und er auch, es ist nicht, es fängt wieder an, sondern ihr beide entscheidet euch, es weiterzuführen. Wir müssen diese passive Sprache da mal rauskriegen. Ihr beide entscheidet euch, es gibt auch kein Gesetz dagegen, und, äh, aber ihr beide entscheidet euch, das weiterzumachen, so, ne? Ist, wie es ist, ne? Äh, ein paar Monate später sagte er mir, dass er Vater wird. Begeistert klang er nicht. Oh. Ja, immerhin vögeln die ja scheinbar auch rum, ne? Das Kind wird ja nicht vom heiligen Geist sein, nehme ich mal an. Äh, er meinte sogar, dass er gerne wieder in meinem Alter wäre, weil dann könnte er ja machen, was er wollte. Er kann auch machen, was er will. Er hat, er lebt den Traum vieler Menschen, nur auf Kosten seiner Frau, äh, eine Kuschelbeziehung zu haben. Und, ähm, ja, und, und, äh, seine Freiheit zu leben, ne? Ja, das finden, wollen ja scheinbar viele. Und wie, wie viel Freiheit will denn da noch mehr leben? Er hat auch schon alle Freiheiten, also, kann ich gar nicht nachvollziehen, verstehe ich gar nicht. Äh, bei ihm hört es sich so an, als sei Ehe und Kind ein Pflichtprogramm, dass er durchlaufen müsse und bezeichnet das als Spießbürgertum. Im Endeffekt, er belügt dich, er belügt seine Frau und er will einfach beides haben. Single sein und in einer Beziehung sein, nichts, nichts anderes ist es. Ähm, er ist zwar Ende 30, aber im Kopf immer noch ein Student. Er geht gerne feiern, auch mit mir und betrinkt sich. Verantwortung und Pflichtbewusstsein sind eher Fremdwörter für ihn. Also, da bin ich ja erstaunt, das hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ähm, was man auch auf der Arbeit merkt, im, ja gut, wundert mich jetzt nicht, okay. Äh, seit einem paar Monaten ist sein Kind auf der Welt, wenn wir zu zweit sind, erzählt er mir nichts darüber, außer er beschwert sich darüber, dass er mit Kind, äh, nicht so viel, äh, seinem Sport nachgehen kann. Und dann, oh, der Arme, ja. Rückblickend glaube ich, dass ich seine Beziehung bzw. Ehe vielleicht sogar stabilisiert habe und das immer noch tue. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, sondern es ist, also, er lebt genau das, was er leben möchte. Äh, das ist nur einfach fucking egoistisch, was er macht so, ne. Und du machst mit, wirst deine Gründe haben, warum du das machst. Also, da muss man immer gucken, ähm, was bringt mir das? Habe ich vielleicht, ähm, habe ich vielleicht auch Angst, mich zu binden oder so? Stehe ich auf den Thrill? Ähm, das musst du für dich rausfinden. Wie gesagt, es gibt ja kein Gesetz dagegen. Aber du trinkst natürlich aus einem sehr, ähm, vergifteten Brunnen da, sag ich mal. Wie gesagt, ich kann da, ich meine, die Welt ist, ähm, einfach krass und jeden Tag passiert sowas und jeden Tag gehen Leute fremd. Und, aber ich meine, wie wäre das denn, wenn du mal in der Rolle bist, die seine Frau jetzt ist, so, ne. Wirst du das gut finden? Und da muss man sich halt überlegen. Ich denke, zu Liebeschipparbeit, wie gesagt, ich kann das niemandem sagen, ich will das auch gar nicht bewerten, aber zu Liebeschipparbeit gehört schon, ist so meine Meinung, zu sagen, ich möchte einfach keinen Teil mehr von so Dreiecken sein, die auf Lügen beruhen, egal in welcher Rolle. Oder, ich finde, das ist Teil der Liebeschipparbeit, die man natürlich nicht machen muss. Natürlich kannst du was weitermachen, ist deine Entscheidung. Aber, wie gesagt, also in der Regel tut einem das nicht gut auf die Dauer. Können alle möglichen Probleme entstehen auf der Arbeit oder die Frau kommt irgendwann auf dich zu oder ich weiß es nicht. Und vielleicht erlebt man es auch mal selber so, ne. Ja, und vielleicht bedrückt er dich im Übrigen, also er bedrückt dich ja auch mit der Frau, wenn man so will. Und vielleicht gibt es auch noch viel mehr Frauen, wir wissen das nicht, ne. Mit mir gäbe es keine Probleme und er hat keine Verantwortung, sondern nur Spaß und alles ist easy. Ja, aber es geht ja auf Kosten mindestens eines anderen Menschen, ne. Er sagt selbst, er kann das mit uns nicht einfach beenden, dafür läuft es schon so lange. Er kann schon, er will es einfach nicht. Er wird seine Frau und Kind niemals verlassen, das weiß ich. Seiner Aussage nach ist er auch glücklich und, ja, das ist das, glaube ich, auch. Und an seiner heilen Familie darf sich nichts ändern, ja, außer, dass er alle belügt, aber das interessiert ihn ja scheinbar nicht. Trotzdem komme ich nicht von ihm los. Ja, auch da, ich verstehe, was du meinst, verstehe auch, dass du es schwierig hast, also ganz ehrlich. Trotzdem empfehle ich so ein, zu sagen, ja, ich will auch jetzt noch nicht von ihm los, ne. Oder ich bin noch nicht so weit, von ihm loszukommen, dass man das nicht so passiv macht, so, ne. Dann nicht, damit nimmt man sich so ein bisschen Kraft, so, ne. Ich genieße die Zeit mit ihm so sehr, mit ihm zusammen bin ich so glücklich wie noch nie. Könnte man ja sagen, wunderbar, aber der Satz geht weiter. Ist er jedoch weg, falle ich in ein tiefes Loch. Ja, das ist genau, was ich sage. Diese Dreiecksbeziehungen sind einfach Rotze für die Psyche, ne. Ich meine, könnt ihr, wenn ihr auf Drama und Toxic steht, könnt ihr das gerne machen. Ähm, aber das ist, wenn wir jetzt mal die Affäre mit Droge austauschen, meinetwegen, ähm, ich gucke jetzt hier keinen YouTube-Zusammenhang, äh, wird hier das Video noch demoncharisiert, aber, äh, setz da mal Droge ein irgendwie. Dann sagst du, ja, wenn ich die Droge nehme, ist das ganz toll. Und wenn ich die Droge nicht nehme, falle ich in ein tiefes Loch. Doch, ja, das ist die Natur von Drogenartigen, ist von Drogen die Natur und ist auch die Natur von Drogenartigen Beziehungen. Du lebst eine Drogenartige Beziehung, die auf Kick, Dopamin und so, ähm, kannst dir auch nochmal das Video angucken. Fünf Gründe, warum wir, äh, in toxischen oder solchen Konstellationen sind. Und, ähm, das würde ich mal analysieren, warum du da drin bist, äh, was dir das bringt, ne, warum du keine, ähm, kein Mann für dich alleine haben willst oder, ähm, oder woanders liegen könnte. Das muss man halt gucken. Aber ich werde es immer wieder sagen, ich kann ja nur von abraten, Dreiecke zu führen, weil die einfach total unglücklich machen, so, ne. Außer vielleicht denjenigen, dem alles scheißegal ist und der, äh, ja, einfach ein Lügner ist, so, ne. Ich meine, die Welt ist so, ich kann sie auch nicht erinnern. Aber ich kann nur empfehlen, da kein Teil von zu sein, egal in welcher Rolle, so, ne. Das ist meine Empfehlung, ne. Und das ist halt Teil dieses Konstrukts, dass es kurze, ich meine, wie lang trifft ihr euch? Zwei Stunden, dass es zwei Stunden schön ist. Und es dir dann bis zum nächsten Treffen wahrscheinlich nicht gut geht. Das ist Teil dieser Beziehung, so, ne. Äh, bald. Ich bin glücklich in einer anderen Arbeitsstelle, das wäre eine gute Gelegenheit, die Affäre zu beenden, da wir uns auch nicht jeden Tag sehen. Ja, also ich kann dir das nur raten, weil ich glaube, da kommt nichts Gutes bei raus irgendwie. Und, äh, ich meine, letztlich musst, musst du das wissen, musst ihr das wissen. Aber, wie gesagt, man trinkt von einem vergifteten Brunnen und da kommt selten was Gutes bei raus, das ist so meine Meinung. Und wenn es sein muss, dann wirst du es auch können, wenn du dir so klar machst, welche Nachteile das hat, das zu führen. Und, aber das ist halt immer das Schwierige, dass unsere Psyche ist halt sehr, mag das gern, so kurzfristigen Spaß. Und, äh, selbst wenn einem das langfristig nicht gut tut, das wissen wir ja alle, äh, gibt es ja tausend Sachen im Leben, wo das eine Rolle spielt. Und, äh, dann, ja, fällt uns das schwer, das, äh, umzusetzen, ne? Aber ich kann da immer wieder sagen, äh, Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Da seid ihr bei mir natürlich falsch, dass ich jetzt da sage, da kann irgendwie was Gutes bei rauskommen. Ey, der Typ wird sich nie trennen und ihr werdet ewig in Dreieck bleiben. Und, äh, wie gesagt, und das wird auch der Tag kommen, wenn das nicht sowieso schon passiert, wo er auch dich genauso belügt. Ne, du bist dann nicht anders als eine Frau, das wolltest du nicht denken. In diesem Sinne, macht die Folge in Kurse, holt euch da aus eurem Mustern raus und wir sehen uns bald wieder. Und, äh, wie gesagt, wenn das nicht anders als eine Frau, das ist nicht anders als eine Frau, wie gesagt, als eine Frau, die ich weiß nicht verrate, wenn die Frau, bis sie nicht hören. Und, äh, wie gesagt, dass du nicht da da was, was ja. Ich sage, ich sage noch was, wie gesagt, wir uns hierfürst,